Sooo! Special... Special Video! Heute nehm ich mal eins auf! Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich diesmal alles schaffen werde. Mein Lieblings-Fotze! Mansion! So! Hör doch mal los! Mach ich schon was! Hoffentlich kann ich mir den Weg noch nacken. Ja, wir können ja diesmal aussuchen. Da haben wir einmal direkt mal den hier. Wo ist denn das? Sind wir nicht im Bart drin? Nö. Scheiße, er mag dich wahrscheinlich. Haben wir hier noch irgendwas? Telefon? Ne. Keks! Der Keks habe ich schon. Der Keks muss da irgendwo sein. Der Keks... Das Lender! Oh! Was haben wir noch? Ja, ich bin da noch. Was haben wir noch? Ja, da geht der nicht. Ich bin da nicht. Die Stöne ist ein bisschen komisch. Und das ist gleich wie beim Einkaufs. Irgendwie verunsichert die mich. Kann man eine Lampen an? Eine Pfanne. Der Pfanne. Der Pfanne. Das ist schon beliebt. Das ist ein bisschen nicht. Doch. Rechts ist aus. Rechts ist aus. Ich weiß ja auch nicht, wo ich bin. Also ich höre hier einfach nur rum. Telefon! Nein, da ist keins. Nicht? Das ist sonst was. Irgendwo muss doch noch das Bild sein. Das Bild ist sauer. Ah, da ist das Bild. Ich hab das Bild. Naja, das läuft doch. Das ist eine Sense, man. So, noch eins brauch ich. Und das ist, ähm, die Uhr. Ne, äh, warte mal. Das Telefon, das Telefon. Da ist die Leuchtfackel? Okay, warte mal. Da ist die... Oh! Scheiße, das sieht gruselig aus. Ja, du spielst auch gerade mal. Das darfst du. So, warte mal. Das Telefon müsste... Theoretisch... Hier in der Nähe sein. Du musst mal gucken, da steht auch der Telefon. Oh, wie steht da nicht wieder in Gang, Alter. Ach du, da steht da... Ah, ja, da hinten muss es sein. Ja. Gerade hinter, oder? Der Liebing-Sort. Ey, ich hab dauerhaft gespringen, glaube ich. Machst du nicht. Da brauchst du mal eh weg. Okay. Okay. So, jetzt muss ich mir noch sagen, wo die Treppe ist. Ahhhh... Hast du einen K? Ja. Welchen? Nein, K? Du weißt ja, du weißt ja nicht welchen. Du musst mal gucken. Scheiße, wo ist die Treppe? Ich muss nach unten. Weißt du denn was? Weiß ich. Sag mal, wo wo die Treppe ist. Ähhh... Warte. Wenn ich mich ja ein bisschen herauskehren würde. Nach links. Links. Oh, ja. Natürlich, ich hab immer recht. So. Ich bin schon unten. Ey, ich glaub das war was. Denk ich nicht. Ohn, kackst du ab. Wir müssen aber auch drauf schaffen. Die Spannung ist schon auf den Höchstpunkt. Jaaaa... Ich spüren! Das Waschpulver! Mhhh... Ich hab keine Spritgrave. Und, ist der Kay hier? Ja, der ist aber ein Kay. Ey, guck mal, der ist nie da wo du irgendwo immer bei dir ist. Alter, bei mir war oder nie. Ich spüren mal total erst angefangen. Ja, ich glaub der kennt mich schon richtig. Ich glaub der weiß, dass ich ein Anfänger bin. Jaaaa... Du hast das schon vor mir gespielt. Du hast mir das gezeigt. Jetzt mal gehe ich mal... ...direkt zur Uhr. Weißt du denn da, wo ich nicht bin? Ja, klar. Da hast du die 6 Uhr. 6 Sender. Du willst die Uhr nicht. Ey, der stand gerade hinter mir. Ich drehe mich um. Aber einmal ist er weg und ich will dann kommen. Nee, komm ist doch nicht erst wenn du alles hast. Da links die Drehscheibe. Okay, ich hab jetzt 8 von 12. Einen Teil brauche ich noch. 8 von 12, ey. Hast du noch 12 von 12? Ja, ich weiß. Einen Teil hier unten braucht man, meine ich. Das müsste hier drinnen sein. Ja, wenn du mir sagt wo die ist. Die habe ich wirklich noch nie gesehen. Irgendwo muss man gucken, aber die kann man nicht mehr sehen. Die steht irgendwo dahinter. Ja, guck mich nach hinten. Die ist auf jeden Fall noch da. Ja, fragt sie einen Punkt. Ja? Ja. Ja! Jetzt musst du mir sagen, wo sie wieder hoch geht. Ja, da musst du ja einkommen müssen. Geh aber jetzt nicht zurück, ne? Ja, bin ich, bin ich. Ich geh gerade hoch. Schlückerig. Sieht gut aus, oder? Schlückerig wieder unten. So. Oh. Ich glaube, man hat gerade keine Lust mehr zu sprinten. Was ist das? Scheiße. Ich such gerade den Weg nach oben. Ja, du bist doch gerade vorbeigelaufen. Ich finde ihn jetzt nicht mehr. Ja, wo ist denn der? Ich muss schön nach links. Nach links. Da war der Fackel. Nach links. Da war der Fackel. Ich hab doch extra die Fackel gelegt. Der muss da sein. Ich hab extra die Fackel hier platziert, damit ich's mir gemerkt. Ach so, du bist schon noch mit. Ja, du willst da oben. Ja, wirklich auch. Ich muss ja nicht welches rum. Ich hab schon 3 oder 4 Fackel jetzt platziert. Ja, der kommt nicht, ey, weil die Fackeln da sind. Ja, du wieder der scheiß Fackel. Ich platziere ganz viele hier, damit ich danach direkt rauskriege. Was? Wie jetzt? Ah, von wegen alles. Und wer, Alter? Oh, der hat noch nicht mal irgendwie ein Signal gegeben. Ein Signal gegeben. Tschüss!